So, und das ist Wolle noch einmal. Wolle, mein Bild, was ich mal gemalt habe. Wer den Mensch die Hölle bereiten will, brauche nur alles erlauben. Und ein Psychoprogramm hinter Masken versteckt, er gibt, Gott, so ist es. Und der da, der da, hier unten, sein Freund, da hinten, der da, der Prozessor, der da, man sieht ihn gar nicht richtig, der ärgert mich auch schon die ganze Zeit. Den machen wir jetzt weg. Oder ran und kippen. Auf geht's. Den machen wir jetzt weg. Der nervt nicht. Der zeigt an. Oh, oh. Was zeigt der an? So was, Eiferbibsch noch einmal. Aha. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Kennen und schack. Das Wolle gleich. Achtung. Das geht immer gleich. Wolle, ich schieb mal ein bisschen mit. Wenn man das zu straff aufsetzt, dann wird das nicht. Aha, jetzt ist die Ahnung. Das ist eine Quälerei. Eine Quälerei. Ah, ah. Dann ein Knispel. Jetzt. Na, und? Warum gehst du nicht weg? Ach so. Du willst erst mal die Ossi-Marg sehen. Hahaha. Das war nach Alu-Tipps und Oss. Geld gab's da. Hier steht auch noch die Kiebert. Jo, das spiel ich mit den Füßen. Dafür sind die Knüppeln da drauf. Jo, das auch. Das spiel ich auch mit den Füßen. Klar. Warum nicht? Eine Taste habe ich schon geschafft. Die ist raus. Seht ihr doch hier. Ohohoho. So, das sagst du. Adios. Na gut, okay. Soll's so sein? Da war ich in Leipzig. Das habe ich mal entworfen, das Bild. Ja, gegen Hartz IV war ich da noch. Gegen Hartz IV. Heute. Soll's machen, was sie wollen. Sie wissen es ja immer besser. Das ist Wolle. Da sitzt er in Frankenberg. Mit seiner Saufkumpane. Feuer, 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 Feuer. Aber ab und zu dring ich auch mal einen Schluck. So. Wolle. Klick, 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 klick. Das ist ja, das ist ja alles noch nicht weg. Was ist hey los? Noch einmal, weil das Spiel so schön war. Oh, hat geklappt. Na gut, okay. Dann setz ich das einmal rein. Ganz einfach. Ihr wolltet ja immer Beweise. Und jetzt? Ja, man darf sie sehen und hören. Das Zeitsinhalt kommt bald wieder. Was heißt wieder? Immer.